Captain, die Erdlinge sind da. Du bist der als Son Goku bekannt ist seit Jin, oder? Ich bin Son Goa und Son Goku ist mein Vater. Anscheinend habt ihr es immer noch nicht gelernt, was? Dass Lot Freezer jetzt stärker denn je zurückgekehrt ist, wird es wieder einmal Zeit für das mächtige Genius-Sonderkommando zu dienen und zu schützen. Auch wir haben lange und hart trainiert. Unsere Stärke ist irrsinnig hoch. Oh Gott. Wir haben uns völlig verändert. Deswegen sind wir auch nicht mehr das Genius-Sonderkommando, sondern das Super Genius-Sonderkommando. Ähm, okay. Captain, würde Harper Genius-Sonderkommando Nikula klingen? Nein, würde es nicht. Das spektakuläre, wunderbare Genius-Sonderkommando wäre der Hammer. Tja, ich hätte an sowas wie Ginyu und Kuldos furchterregende Formation gedacht. Hey, warum solltest du denn bei unserem Teamnamen besonders erwähnt werden? Im Moment hast du auf Namek die meisten Prülein gesteckt. Gar nicht. Aber ich war nur ein bisschen unvorsichtig. Es reicht, Leute. Wir reinigen uns... Peter auf einem Teamnamen. Jawohl, so. Tut mir leid, so. Auf jeden Fall sind wir besser geworden. Also bist du hoffentlich bereit für einen heftigen Kampf. Du wirst auf die harte Tour herausfinden, wie mächtig und verbessertes Super Genius-Sonderkommando ist. Hey, Moment mal. Wir verwenden den Namen also doch. Ich dachte, das würden wir nachher im Team besprechen. Diese Typen sind genauso verrückt wie immer. Aber sie scheinen auf jeden Fall stärker geworden zu sein. Wir müssen auf der Hut bleiben. Ich kann gar nicht glauben, dass wir nochmal gegen Genius-Sonderkommando kämpfen. Zum Glück sind wir mittlerweile auch stärker. Ich möchte, dass ich besiegen kann. Das glaube ich zumindest. Ja, ja. Hm, na toll. Noch mehr Idioten, gegen die wir kämpfen müssen. In Ordnung. Wir bringen es hinter uns. Na zu. Macht euch bereit, Leute. Unsere Auszufahren ist ganz schön mutig. Das Super Genius-Sonderkommando ist kampfbereit. Oh Gott. Nee, oder? Wieder so ein Multi-Battle. Ai, ai, ai. Ihr könnt ja... Ihr könnt ja mehr Kraft haben als wir. Hm, das Super. Ultra Genius-Sonderkommando kann nicht verlieren. Wenn diese Typen so viel stärker sind, dann könnte Freeza ein echtes Problem werden. Werden wohl doch Hilfe meines Vaters brauchen. Wir müssen werken bis er kommt. Ai, ja. 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 Und da kommt für dich, Gohan. Du hast auch auch mit den Leuten kämpft. Ja, aber ich habe mich schon sehr stark gemacht. Aber ich fühle mich aus dieser Welt, dass ich viel stärker fühle. Das ist auch sehr schwer. Das ist ein Friesi. Oh ja? Du bist der Sonn悟空? Wo ist Sonn悟空? Der Vater ist in einem langen Ort. Das ist schuldig. Ich möchte mich schnell die Erde wegschrauben. Du bist, was du? Was ist dein Ziel? Oh ho ho. Das ist das, was ich weiß nicht? Das ist das. Nur das ist das. Ich möchte mich für Sonn悟空 in den Schreien. Ich dachte, dass ich so etwas bin. Das ist das, was ich zufrieden. Das ist das, was ich zufrieden. Der Vater ist hier, aber... Das ist gut. Das ist das, was das jemand hierher. Aber es ist auch nicht so, dass ich mich nicht so, wenn ich mich nicht so, dass ich mich nicht so, was ich mich nicht so, was ich? Hm, typisch, Rieser. Ich habe mich nicht so, dass ich mich nicht so, wie ich es war. Ich habe mich nicht so, wie ich es war. Die Schleuchte sind aufgetaucht und ist viel stärker geworden, als es sich irgendjemand hätte vorstellen können. Das ist schon die Anspielung auf den Ultranstinct gemacht worden. Oh, das ist ein Blumma. Es gibt auch noch etwas, was es? Blumma? Entschuldigung, das war es so. Ja, ich werde euch euch erzählen. Was haben wir auf der Erde? Ja, die Friezer zurückgekehrt hat, hat sich um die Welt zu verabschieden. Was? Friezer? so so hennneri was sie nicht jetzt kommt sowieso auf jeden scheiße Oh, Pyrus! Kannst du jetzt noch ein Frühstück sein? Na ja, aber ich habe die Hüte geflogen. Das war so, dass ich mich sehr leid habe. Wenn ich dich zurückgekehrt habe, dann ist es, dass du, wenn du, dass du, wenn du, die Trunks nicht zurückkommst. Ich glaube nicht. Oh, das ist nicht so. Was ist das? Ich weiß nicht genau, aber Ich weiß, dass ich mich sehr befreit und mich sehr angere. Was ist denn so? Ich weiß, dass ich nur noch ein bisschen was auf dem Weltkrieg bin. Ich weiß, dass ich ihn nicht mehr so gut bin. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich sofort auf dem Weltkrieg bin. Was ist das? So... Vielleicht wird der Vieros auch mit uns fighten? Ich weiß nicht so, was ich. Ich bin ein Verkäufer. Ich kann mich nicht verletzen, was ich nicht. Ich bin nur ein gutes Essen zu essen. Ich habe gesagt, dass ich die kleine Ziele habe. Was ist das so? Das ist doch so, was ich? Das ist wirklich, dass ich mich nicht wünschte, was ich? Ich würde mich mit Frieza kämpfen mit Frieza kämpfen, du bist Hehehehe Hey, das ist das Problem? Ich werde bald auf die Welt zurückkehren. Trunks und Frieza werden vielleicht verletzen. Oh, das stimmt. Dann gehen wir. Ich werde noch die Welt bleiben, aber... Hey, hey. Husten Sie, Ushu-san. Ja, es ist auch dringend nötig, würde ich sagen. Würde ich sagen. Hi, ich bin aufgerufen! Hey, das Baum ist sicherlich der Friezer-Jahrer. Ja, ich bin aufgerufen. Ja, ich bin wirklich zufrieden. Ich bin so gut. Ich bin so gut, Kakerot, ich bin so. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut, Herr Willis. Ja, ich bin so gut. Wies, wir gehen zu essen. Es ist doch egal. Hm. Okay, da haben wir alles. Was ist das? Okay. Da wäre dann das noch, aber... Okay. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine Freunde. Wenn es denn wieder heißt, Dragon Ball Z Kakarot in der Überfall von Freeza. Oh Mann. Das wird noch lustig, gegen den Babo da zu kämpfen, man, im goldenen Freeza-Modus. Aber gut. Tötle.